Hallo und herzlich willkommen bei WetterCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Crush them all. Ich werde es mal starten. Vollbild ist drinne. Musik. Ich höre hier nichts. Ach so, da. Ich produziere das Dorf. Dorf. Oh, ich habe auch viel. Äh, die Heldin? Ich glaube, ich habe letztes Mal nur gemacht, den hier, ne. Ich habe alle aufgewertet. Sehe ich gerade. Das waren die Heldin. Jetzt kommt das Dorf dran. Äh, ich möchte nur besorgen. Und Endlichkeit. Da. Das sind wir. Das war's. 8 Minuten. Äh, äh, äh. Jetzt kann ich mir richtig, wie das geht. Post. Post. 10. Wollt. 1. 1. 2. 3. 6. Die habe ich denn noch alle? Die habe ich denn noch alle? Ich habe den Aufstieg benutzt, oder war das das von vorn an, ich glaube, ja. Alle wieder auf Level 1, der erste Stufe. Das Dorf auch. Das Dorf auch. Okay. Auf Level 50. Das Dorf auch. 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 Die kämpfen auch gut weiter mit Level 1. Das Dorf auch. 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 Was ist denn an der Fall? Boll ist noch auf Level 1 und kommen immer noch voran. Hm, gleich muss ich mal was machen. Oh, der erste down. Noch ein. Jetzt haben wir das Dorf erstmal ein bisschen ausgebaut, jetzt kommen die Helden dran. Okay. 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 Den haben wir auf plus 20. Plus 20, aber alle auf plus 20. 3, 3, 3, 2 Sterne. Und dann wieder auf die letzte Seite. So. Das ist mein Leben. Achtung, Thomas, mit Entwicklung. Achtung. 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 was kostet das denn 90 habe ich nicht nur 40 war das ne 41 es ist Ich schau mal jetzt gerade nach die Sterne, jetzt habe ich einen Stern gegeben, 3,2,3,3,3,2,1, ich glaube ich habe die Besten schon drin. Ich habe 41.000 Prisma. Ich bin Stufe 41.000. Ich bin Stufe 41.000. Kostenlose Truhe in 20 Stunden. Das war die Sammlung, die Truhe. Der hat noch zwei Sterne. Könnte ich eigentlich gegen einen von denen austauschen. Aber ich wollte ja einen Fliegevieh dabei haben. Aber Gold. Ich könnte den Ei allerdings. Aber es dauert nochmal weiter. Okay. So. 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 das rechte muss jemand bezahlen ich kann mir keine Artefakte kaufen und den könnte ich noch mal probieren auf 3 Sterne einstellen das habe ich noch 13.000 nein das schaffe ich nicht das war es das war es Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Truhen sind wichtig War das Videotruhe? Eine Videotruhe brauche ich jetzt nicht. Das war's für heute. Risma Stärke ist bei 1 auf 30. 40. 50. 50. 50. 50. Oh! Warte um 15. Doch fahr ich dich. So. 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 Naja, bis zur Küche reicht es ja erstmal. Zum Lohm. Alles verbessern. Hm. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Obwohl ich hab noch genug Prisma. Warte mal alle auf 60. Den noch auf 60. Und den letzten auf 60. Ich weiß nicht. Das wäre noch 1000. Hm. Die Helden-Mantie. Die Helden-Mantie. Die Helden-Mantie. Die Helden-Mantie. Die Helden-Mantie. Die Helden-Mantie. Das war ein Mist. Ich bin schon auf Stufe 100 wieder. 101. Die Helden durch ohne Schaden zu kriegen. Das ist gut. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Ich muss noch mal angucken. Oh. Ein Geschenk. Oh. 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 Warte mal. Jetzt höre ich da noch was. der neue ritter über drei stemmen freigeschaltet auch ein lichter ich habe hier noch ein prinsessentraum auch Ah. Na. Gut. Also das war jetzt gerade der Shop, jetzt sind wir beim Angriff. Okay. Zweite Stufe. Clownmonster. Okay, dritte Stufe. Keine Frage, nur mit Prisma. Ja. Also der Brunschütze ist übel. No Mafia. Okay, auch noch geschafft. Nummer 5. Oh, die ist gestorben. Mein Vogel auch. Der nächste Down. Noch 2. Nee, den krieg ich. Ach, wir kommen die wieder. Aber die fallen gleich um. Zurück ziehen. Also 4 schaffe ich. Das war bei Angriff. Und hier. Der dunkle Ritter. Der dunkle Ritter. Der dunkle Ritter. Die Leiden. Die Leiden. Der dunkle Ritter. Nice, nice. Titsdeen. Vielen Dank. Cool. Achso. Ich habe keine Tickets mehr. Klingt das für beide? Ja. Also ich bin bei beiden bis Stufe 5 gekommen. Nie schlecht. Denk ich mal. Wie weit ging es noch runter? Oh. Oh. 32. Okay. Hier waren die täglichen Quester. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber die mache ich noch nicht. So. Dann haben wir Artefakte. Artefakte. Aber 15. Kann man nicht kaufen. 300. 300. Die habe ich. 3000. Nicht. So. Jetzt habe ich mir das Artefakt gekauft. Und. wo ist es. Da ist es. Ist das direkt angezogen oder nicht? Hmm. Hmm. Wo musste ich DS? Oh. anlegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na gut, ich denke mal, das war es für heute. Schau nochmal. 123. Ist schlecht. Und die sind immer noch nicht am Ende. Kommen wir noch weiter. 90, 80, 70. Das Dorf macht auch noch schön Geld. Das Dorf macht auch noch schön Geld. Ja, komm, komm, komm. Ich habe jetzt gerade eine ungerade Zahl. Ich möchte mal eine Nullnummer haben. Ach, das ist doch auch zu lange. 5 Millionen pro Sekunde immer. Na gut. Ich sage mal, das war es für heute. Dann sage ich mal, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.